Also, hast du das Business schon umbenannt? In der 187 Straßenbande? Natürlich Welche ich tun wollte ich so schon tun Ok, ne? 187 war mein Herr Fischelieb, ne? Ok, machs gut, ja, gut Hallo ist Danny gegangen 187? Ja, 187 Wollen wir fetzen, oder was? Normal! Wollen wir dir fragen, Jungs? Wollen wir dir fragen, Jungs? Wer bist du, ne? Oder? Mach du, Danny Mach du, Digga Wer hat da gerade gefurzt, Jungs? Ah, cool Sag mir, рe 느� zerㅋㅋ Du marschst hier raus, oder? Ich bin raus Ah Ich hab mein rammd sector fallen lassen Und bin raus Hab meinen Fischelieb,avi Also, hast du das Business schon umbenannt? 1 8 7 straßenbande natürlich tun wollte ich so schon tun muss ich mal einladen was machen wir alles nein wir sind einfach die 1 8 7 straßenbande was hat die früge jeder hat die gefürchtet lcn hat angst wir werden das verdient von 0 auf 100 ist das aufgebaut ich habe und macht's gut bringen ja okay ja ich muss sie mal weiter schlieben und wir machen es gut die haben jetzt noch mal neun und dann gibt es heute nach gammburg heute nacht wird die stadt brennen los denn ich habe sieben das wollen wir fetzen oder was normal normal so wird zu deinem haus kommt kommt ihr angezogen geht mal funk funk ist 19 09.1 19 09.9 so gekostet man aus ja wir kommen zu deinem haus alles gleich was gleich 1 8 7 1 8 7 trotzdem die lachschuhe was muss welches auto nehmen schweller ist man kann es auch bei uns mitfahren ach so ja gut dann ich habe noch einen platz im benz okay das sind ja für fragen hast du gelten sie also wir fragen jungs jetzt wollen wir fragen jungs wer bist du oder ja auch du denn ist unser laden auch du dir er wissen du was unser laden ach das wusste ich nicht ja jetzt weißt du es dann gehe ich wieder ja bitte ok alles klar wenn die zu den windmühlen fahren ist halt da wieder zu viel los wenn die hier rechts abbiegen dann wissen wir gute nacht dann holen wir den ganz ja mann der hat doch gerade gefurzt man hat's voll gehört jungs ja wer war das alter der kam richtig hinter dich der kam richtig dreckig digga also der macht mich komponente ja ja gut keine miete zahl muss raus jungs ganz einfach da 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 hörst du schießen da da der burrito ja ich bin in sicherheit ja wir haben durchgekaut was habe ich ich hab keinen anruf bekommen nein warte was ich rufe dich gleich zurück ich bin hier gerade in beim stehen alles klar danke dir willst du sterben das hat doch keinen sinn das hat keinen sinn aber schiebt mich doch nicht aussteigen ich mach gar nichts ich sterb lieber wir andere lassen wir andere lassen ja du steigst raus egal du steigst nicht aus du steigst nicht aus ich steigst raus du steigst nicht aus steig raus steig aus oder du bist so hey Goldi hallöchen ich und Dani müssen uns ein bisschen direkt halten warum was los ich hab gerade einen anruf bekommen die suchen uns wollen wollen uns doch noch hinrichten erzähln ich hab einen anruf bekommen dabei dachte ich mir einen guten genannt das klär ich aber ne na ich weiß halt nicht ne ob da alle involviert sind und ob es doch ne gewisse Gruppchen wie das sind wie das wollen ich klär das ne ich guge egal egal was war das ist und war meine Familie da vorne sind Zeugen fahrt hier weg die werden jetzt auch nichts gegen die Haten oder sowas sonst wäre ich ganz anders rausgegangen dann wäre ich dann mal die Panzer einmaschieren lassen Abflug Männers daraus bin ja Abflug ähm ähm Lass uns doch gleich treffen dann können wir reden okay äh ich hab Gute in Sicherheit gefragt redest du gerade mit Goldi? ja ich rede mit Goldi ja ja genau deswegen wollte ich dir auch gerade Bescheid geben ja wir müssen das klären Lass uns mal treffen ähm die wollen uns hinrichten ne? in deinem Haus? sollen wir in dein Haus rein? ja äh ihr wisst wo Sonny wohnt ne? ja dabei gehen äh den genau geradeaus durch ja wir haben nur kurz äh Munition geholt ja ja kommt dann ins Haus rein die hatten noch ziemlich viel dabei alter und? ey kann halt noch so ein Munition brauchst du? 50er Kaliber äh ja jetzt äh wir sind im Haus von Sonny Sonny kannst du kurz aufmachen? äh ja 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 sorry sorry natürlich ja komm rein bravo grüße ich komm noch einer? na da kommt keiner mehr ok wie hast du die Info jetzt bekommen äh Goldi? von mir von dir wie hast du die Info bekommen mein Bruder? von Mama von Onkel wie hat sie die äh äh Info bekommen äh Marcel? keine Ahnung sie hat mich nur ganz schnell angerufen ich sollte ganz schnell Danny und wollte ihr bescheid sagen ok ich weiß es auch nur von den beiden Mama konnte aber auch nicht lange reden und nur ganz ganz schnell und ganz kurz insgesamt rieb ich Goldi an ok ich hab direkt Danny bescheid gegeben ah also ich weiß nicht was er plant ne ist derzeit im gespräch ist derzeit nicht verfügbar derzeit im gespräch mit ihm redet er denn alle kann euch alle mit nem Camper rausholen hier wir können ja einfach rausfahren so ist derzeit nicht verfügbar also ich weiß es nur von Danny und von Goldi Chico Krämpa ich muss einfach Krämpa jo Bruder ich würd das klären pass einfach nur auf die beiden auf was würdest du denen sagen? denkst du wirklich wenn die wollen würden dass du davon weißt würden sie es so machen? ich bin immer noch als Ehre mitkrieg gegangen ich bin immer noch extern genauso wie du ja Digga die Sache ist die ähm du kannst auf die aufpassen ja das ist korrekt sind die überhaupt da? ja natürlich wir sind hier gerade äh wieso ich würde Junge weißt du wie ich mich fühle alter ich fühle mich wie ein gehäuter Hase Digga ja Digga keine Ahnung komm wir müssen wir jetzt vorher die Info gucken pass auf ne also folgendes ich hab eine vertraute Information es gibt jetzt zwei Optionen entweder ihr legt es dann auch drauf an dass es eine Konfrontation kommt oder ihr bekommt jetzt den Schutz bei der Brigada das Ding ist äh was ich auch die Vermutung habe dass die dann halt nicht nur versuchen mich zu holen sondern halt über andere Wege versuchen mich zu holen wenn sie mich haben wollen dann? wie meinst du? ich hab Frau ich hab zwei Entwille ja ich weiß aber dann haben sie Probleme mit der Brigada wäre eine Option also heute ist noch alles sehr frisch die Wunden sind noch Dings die Frage ist halt ob ihr schon irgendwie jetzt in einer Familie anschließt oder nicht jetzt schon aber ihr werdet dann sicher ich muss auf euch auch passen mal ganz kurz in Gedanken und ich pass es natürlich auch so wie ich kann leg es doch einfach drauf an leg die Jagd hier doch einfach ein Hinterhalt als Ex-Mafiosi müsst ihr doch wissen wie es geht ach du ich bin kein Ex-Mafiosi ich bin nur noch einer heißt das doch angeht mein Messer kann ich nicht aufziehen egal ich brauche noch ein bisschen Platz ne ey echt bist du müde? warten servus servus warum so kalt? äh ah wisst ihr doch wer ich bin? ja klar ah tot ja warum so kalt? was soll das denn? ne ist doch nicht kalt warm und vergesst nicht wer ich bin sonst gibt es das heiße Ohren ne alles gut Sonny mach dir keine Sorgen ach aber weißt du wo Goldi ist? Jungs hört auf mit der Scheiße du weißt aber wie man den wie wie man die Familie richtig verlässt oder? und wie hab ich sie denn verlassen? ich hab euch was gesagt ja du bist Ehrenmitglied man ja aber du weißt sie hat einen Schwur abgelegt bei dir ich weiß es ist auf jeden Fall nicht der richtige Weg den die beiden eingeschlagen haben die beiden haben den Schwur bei mir abgelegt Jungs lasst es ja es ist trotzdem da hat man der Familie geschworen so quasi ne Jungs Baumlebtriko Mendoza noch ja gut was soll man ja Jungs auf der Liste kann man nur so sagen nur an ihn ranzukommen ist halt um einiges schwieriger ok aber das ist was anderes was wo noch was jungs was soll ich dazu sagen ich weiß wie es ist wenn man sich auf was wieder versteift ist unbedingt machen will ich kann nur sagen lasst es lasst es ich haben den Schwur bei mir abgelegt ja ob Schwur bei dir oder bei wem anders ist bisher trotzdem eine Schwur der auch die Familie betrifft oder nicht man schwör dir der Dalla Cosa Nostra die ewige treue und nicht nur dir so ne Was soll ich dazu noch sagen? Aber ich habe zu euch noch gesagt, die werden so das verlassen. Dann verlassen die das auch so. Alles recht zu schönen Jungs, aber so muss es nicht ausgehen. Ich weiß, man konnte den oder den oder den nicht leiden. Ich komme aufs Anwesen, ich sage euch, hallo, alles ist gechillt. Vergesst nicht, wer ich war, vergesst, wer Nikolai war, alles ist gut. Aber vergesst das, was war. Ich komme aufs Anwesen, ich sage euch, hallo, alles ist gechillt. Vergesst nicht, wer ich war, vergesst, wer Nikolai war, alles ist gut. Aber vergesst, das war klar. Wir haben ja niemals was gegen dich gesagt. Ich weiß, und ich will auch niemand jetzt hier... Aber ihr wisst es Jungs, es ist einfach nur dumm. Wie sollen sich einfach dazustellen, wenn die angeschossen werden? Was geht? Ich steck gerade zwischen zwei Fronten, ja? Ah ja, die Jungs wollen Goldi und so und so weiter. Warte mal bitte kurz, warte mal bitte kurz. Die Jungs wollen Goldi. Ja, wie sollen wir das machen? Bei dir machen wir erst recht nichts. Ich weiß. Ex-Dorn so, keine Ahnung, das ist vollkommen nie im Leben, da irgendeiner was gegen dich machen. Ich weiß. Aber bei den beiden ist es halt kein... Wir müssen halt löschen, ne? Was wir wissen. Ja, aber warum haben wir es bei Rico gemacht? Äh, sind wir doch dran, sind wir dran gerade. Wir sind komplett dran, mit der Squadra das zu tun gerade. Bei dir können wir ja gar nichts machen. Weil, werden wir auch nie im Leben, weil du bist ex-Dorn genauso wie Nikolai. Also, keine Ahnung, bei euch sind die Geheimnisse alle ganz sicher. Das Thema ist halt bei denen so, was weiß... Du kannst ja nicht sagen, okay, was die in Zukunft machen, ne? Das bleibt gar keine Möglichkeit, außer dass wir das tun müssen einmal. Boah, ja. Ich glaub, du hättest es doch aber genauso gesehen. Natürlich, ja, verstehst du, ich bin zwei Spalten, was soll ich machen? Ich kann nichts sagen, mach das, kann auch nicht sagen, mach das nicht so. Ja, das ist natürlich, von deiner Sicht, von deiner Sicht natürlich ist es jetzt absolut, keine Ahnung, du steckst halt in der Mühle jetzt so, ne? Weil du diese Info bekommen hast, du weißt sie, keine Ahnung, was du machen könntest ja halt, okay, nix, mach einfach nix, du weißt von nichts oder so, keine Ahnung. Oder gib dir einen Tipp, dass du es gehört hast, wie auch immer, dass da irgendwelche suchen oder sonst was, mehr kann ich dir als Person ja auch nicht sagen, so, weißt du? Das Problem ist halt, wir müssen das ja irgendwie zu einem Abschluss bringen, so dieses Thema. Bei dir nie um Leben, keine Ahnung, du bist ex Don, du weißt die ganzen Geheimnisse, genauso wie Nikolai, ihr kennt den Film so, ne? Aber für uns ist es jetzt, wir müssen halt da diesen Cut setzen, genauso wie bei Nikolai. Und es geht auch, es geht ja, es geht ja absolut nicht um die Person an sich, es geht absolut ums Wissen so, ne? Darum geht es uns eigentlich, dass wir da diesen Cut setzen, jetzt selber mit der Squadra, etc. Ja, ich versteh dich, ich versteh dich, absolut. Ich will einfach nichts davon mitbekommen, oder keine Ahnung, Mann. Okay, die gehen. Ja, okay, alles klar, ne? Wir hören voneinander, ciao, ciao. Was wollen die jetzt machen? Ja, die wollen die töten, ja. Wollen die jetzt hier stürmen, oder was? Nein, nein, hier stürmen. Die spotten, ne? Die verteilen sich alles. Marcel hat alles im Blick. Ach, echt? Ja, ja. Die sind verteilt hier, die sind mit neun Leuten hier. Ach, der Schade. Ich fahr jetzt, ich nehm einen von denen mit, und ich bring die zu uns im Safe. Du wirst abgefangen, Safecall. Werde ich nicht, ich werd nicht abgefangen, glaub mir. Safecall. Ich werde nicht abgefangen, was sollen die mir? Platz, was passiert, wenn du abgefangen wirst? Die hat doch ne Maske auf, oder die Person. Egal wie das ausgeht, das endet wahrscheinlich heute oder morgen. Ja, ist so blöd hier, ey. Ja, ja, ich fahr grad mit einem Pounder raus, Moktor. Ja, Mann. Sag mal, habt ihr irgendwelche Behinderungen, äh, die Funktaste zu drücken? Ach, ja, Digga, Digga. Aber wie lange willst du die jetzt verstecken? Ich weiß es nicht, keine Ahnung, ne? Du kannst die nicht immer verstecken? Nee, kann ich auch nicht. Irgendwann schnappen die halt, ne? Machst du, wo die schnappt, ja. Ich hab die gefragt wegen, äh, wegen der Fraktion. So, Danny, ist da überlegt, das Wochenende jetzt? Meint er? Das Wochenende überlebt. Aha. Aber ich werd den beiden nicht helfen können, das ist das Problem. Und das heute, was nicht Ehrenmitglied ist. Ja, ja, ja. Komm, lass mich, lass mich dir in die Hand retzen. Komm schon. Digga, chill, bitte. Ich kann nicht chillen, Bruder. Du musst... Was willst du machen? Ich komm lieber, weißt du? Vielen aufnehmen. Weißt du, ich versteh das. Ich darf nichts überstürzen, es geht schief, Freunde. Ich bring euch gar nichts. Weißt du, später bin ich drin, bin gar nicht da, dann müsst ihr mich rausmachen. Digga, wir schieben Filme, bis du umfällst. Ich kann keine Filme schieben, wenn ich... Machst ja einfach nur viel zu viel Stress, wie du es immer machst. Nee, aber ey. Machst ja, doch. Digga, direkt ein neues Kapitel aufschlagen, es muss weitergehen, verstehst du? Das kannst du nicht, Digga. Ich war so lange in der ECN, es ist ihm genauso schwer gefallen. Macht auch voll die Fraktion, aber irgendwann wird eh Platz frei sein. Nein, wir werden sowieso, wir werden maximal auf 59 gehen. Und so. Ich hab damals auch geheult, wirklich. Echt? Als ich aus der ECN raus bin, ja. Ich auch. Ja, auch. Nein, ich hab wirklich, ich hab danach war ich, äh, dann war ich, ich weiß nicht. Ich, ich will das halt so ein bisschen wie damals, weißt du? Muss einfach nur sein. Aber da fehlen die passenden Leute. Ja, auf meiner Stirn, in meinem Arsch, ist überall LCN. Das wird immer bleiben. Pass auf, ähm, das wird ganz, ganz böse noch enden. Wie meinst du? Vargos, die werden sich... Vargos, die warten, die warten auf diesen Moment. Die werden die Fett von, glaube ich. Oder Pole Position, damit muss man umgehen. Verstehst du das? Ja, 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 ja. Wach zu sein ist nicht schwer. Aber es ist was schwieriger ist, stark zu sein. Ja, ja. Lager 7 ist meins. Ich kann die 9 nicht aufmachen. Achso. Ich kann nur... Ich kann nur 7 und 10 aufmachen. Marcel hat alle Lagerschlüsse, ne? Ähm... Sollen mal bitte die Gäste, äh, verstecken. Die sollen mal in die Seitengänge gehen. Erzählen auf die Autos auf den Berg. Gehen die jetzt echt mit dem Heli hier drüber? Ja, da war ein Heli, da war ein Heli, ja. Ja, ne? Ich hab's auch gemacht. Wir gehen aufs Dach. Was ist denn da los? Komm mit. Ja, was soll ich machen? Ich darf doch gar nichts machen. Ich glaub das war bei dem Cop-Heli. Sicher? Mhm. Boah, das war ne... Ich bin ready wie ein Ding, gah? Ist das F*** hier, Chef? Was geht denn? Die Kops sollten mal öfter hier einmaschieren, dass ihr die wegmachen könnt. Ich glaub ich muss da was anstacheln. Hast du Visier da drauf oder was denn da los, Junge? Sniper? Ja, Maximum Snapper. Autosnapper. Ne Probe, ne Probe, ne Probe Ding Zeit gibt's ja hier trotzdem. Wenn's euch nicht passt könnt ihr ja trotzdem rausgehen. Und ich wollte so gerne zur LCN. Aber schon vorher, bevor ich den hier kennengelernt hab. Die LCN ist aber nicht mal das, was er immer früher war, ne? Also wenn ich hier stehe und das besoffen und die Uhrzeit in der Brigada-Base und selbst kein richtiges Mitglied mit bin, dann hat's da alles zu sagen, oder? Ja. Ja, dann mach mal mal bereit hier. Sonny kommt mit. Wie nur kein Bock. Ja. Wir haben Goldi ins Schlachthaus gebracht. Das sagte er. Sagte er, aber nicht in der zurzeitigen Fraktion. Sag ich okay. Sag der Krampa, das ist so ein familieninternes Ding. Sag ich. Ach, ein familieninternes Ding. Okay. Familienintern, okay. Okay, familienintern, ja. Wer hat Krampa irgendwie jetzt hingeholt? Ich weiß nicht. Hilf mir auf die Sprünge. Ich? Du? Oder nicht? Wer hat den großgezogen? Wir beide? Natürlich. Ich hab zu, ich hab zu denen am Telefon gesagt, sag mal, pass auf, wenn du mir jetzt sagen willst, das geht mich nichts an, dann sag's mir. Dann sagt er so, nee, aber das geht echt nicht. Ich hab ihm nur einen schönen Abend gewünscht. Damit hat er ja gerade sehr, sehr, sehr viel kaputt gemacht. War das gut? Ey, ich musste gerade echt eine rauchen, Mann. Ey, Sonny, was geht denn da ab? Die haben mich im Grundboden beleidigt. Ich bin... Alter. Das war so heftig, die waren so respektlos. Denkst du, die haben es mal für nötig gefunden, die Maske abzusetzen kurz, ne? Ey, ich musste gerade echt eine rauchen. Das war so heftig, so kenn ich die LCN echt nicht. Boah, sei froh, dass du da weg bist, echt. Boah. Der einzige, der die Maske abgenommen hat, war Grandpa. Ja. Weil er, er, der hat, der hat noch Respekt. Und er lobpreist auch Nicolai, ne? Ich hab Marcel gesagt, er soll die Deals mit LCN erst mal streichen, ne? Aber an euch hier an der Stelle, wenn wir gerade zu dritt wieder stehen, lob an euch, ne? Danny ist auch sehr geflascht, glaub mir, der kommt zu euch. Ich will das ja zu euch, komm, ich bearbeite den die ganze Zeit. Wir wollen aber eigentlich nur einen. Ich hab gerade nur, ich hab gerade nur Nachrichten an denen geschrieben, dass du das letzte sei. Ich habe geschrieben, alles Gute. Vielleicht erinnerst du dich, wo du herkommst. An deinen Werdegang. Du aufgezogen wurdest. Ich habe dich aufwachsen sehen. Ich habe dir immer den Rücken gestärkt. Flachthaus hat deine Familie mir das Herz gebrochen. Bede, ciao. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020